Ihr träumt schon lange vom eigenen Haus mit Garten? Dann habt ihr jetzt die Chance, diesen Traum wahr werden zu lassen. Das Haus befindet sich in der Ortschaft Dresmauer, in einer ruhigen Siedlungslage in der Nähe des Zentrums. Im neu angelegten Garten findet ihr einen großen Pool, ein Nebengebäude mit Werkstatt und eine Garage. Hier könnt ihr euren Wohntraum verwirklichen. Also zögert nicht und vereinbart mit mir euren persönlichen Besichtigungstermin. Euer Immobilienexperte Andreas Schlögl von ReMAX Plus in Völk.